Hallo Leute! Ja, wir machen dann heute an der Mainz... Nee, Mainz-Best-Bar nicht. Haben wir da eigentlich Aufgaben reinbekommen? Mal eben reingucken, die anderen... alten Strecken? Nein! Ein Verkehr Dresden... Nein! Warte mal noch... Nein! Rhein-Ruhr-Osten waren wir jetzt dran, ne? Ja, irgendwas hab ich doch grad übersehen. Ah ja, genau, die haben wir auch noch dazu bekommen. Die kommt dann, wenn wir mit der... Rhein-Ruhr-Osten-Geschichte durch sind. Ja, dann... hab ich doch gestern eigentlich... Nee, Rhein-Ruhr-Osten war das gar nicht. Edgy-Bitch, was haben wir denn gemacht? Rhein-Sieg-Nord, sorry. Genau, hier haben wir dann... noch 10 weitere Parts. Mit der heutigen Folge. Und... Ja. Dann fangen wir doch mal an. Wir hatten gestern den auf... aufgewacht gemacht. Plus eine... normale Route. Sprich, eine nach Fahrplan. Und heute kümmern wir uns um den Frachtwechsel. So. Damit fahren wir die 185... direkt mal. Wird es doch schön. Wintercell jetzt aktiv. Greift zu. Satte Rabatte. Kann ich nur empfehlen. Ähm... Ist aber auch nur noch bis heute... gültig, meine ich. Oder war das gestern? Eins von beiden. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ähm... Jo. So. Ein Stahlzug wurde verladen. Vorbereitet muss zum Verschiebebahnhof nördlich von Hagen gebracht werden. Da das jetzt abgeschlossen ist, wartet bereits ein anderer Zug auf sie. Dieser ist voll mit Holz. Gut. Dann machen wir das ganze Spielchen doch mal. Also... Einmal die Bremse lösen. Alle Batterie starten. Sorry. Dann müssen wir hier noch eben den ganzen Plunder einschalten. Wieso kann ich eigentlich keine ZB zuschalten? Ist auch egal. Ähm... Hab ich nicht lang... Ja, okay. Spiel. Ich hab dich auch lieb. So. Batterie nochmal starten. Bis die Meldung wegkommt. Weil an ist der Karren schon. Warten wir noch eine Sekunde. Jetzt hat das. So, wir setzen uns hier hin. Neutral. Irgendwie macht er heute nicht rein. Wahrscheinlich wenn die Bremse voll ist. Ähm... Joa. Was haben wir denn hier? Signal. Ne, wir machen erstmal das wichtigste Instrumentenbeleuchtung an. Kabinelicht können wir auch mal anmachen. Und dann kommt da gleich ein Zug. Joa. Ein Kohlenzug. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ähm... Zugbremse auf volle Leistung. Hauptschalter auf voraus. Befeuerts. Zugbremse auf 1b. Dann will er hier den Stromabnehmer heben. Und den schließen. So, dann müssen wir mal in die Parkbremse lösen. Spitzsignale auf. Hell. Bremse lösen. Und wir geben mal Gas. Und dann halten wir vor dem roten Signal an. So, dann können wir mal die AFP einschalten. Wenn ich sie denn finde. Gut, das finde ich jetzt so weit nicht. Also machen wir mal eben hier. Zack, zack, zack. Ein rüber. AFP an. Zack. Die setzen wir dann mal auf Tempo 40. Am zack. Den können wir auch ausmachen. Ne, war das die Taste? Genau. So, wunderbar. Wie war das hier drüber? Könnte ich die AFP stellen, ne? So. Wahrscheinlich meint er das weiße Signal, dass das rot sein soll. Aber ist okay. Passt schon. Ähm. Sie war. Sie war. Ja. Sie war. Ja. Ja. Ich kann das auch dran machen. Aber okay. So. Ja. Okay. Das war jetzt echt langsam. So. Dann machen wir jetzt mal hier eine Bremsung rein. Kannladat. Oder sind wir noch zufrieden? Ne. Passt. Beantragen Sie das Zugang zum Bahnhof. Machen wir. Ist eine Arbeit. Das Signalbild ist immer noch verkehrt. Ähm. Schade drum. Hoffen wir jetzt schon ein Update bekommen haben. Kurz vor Weihnachten. So. Also fahren wir jetzt. Ähm. Ne. Das war die falsche Taste. Kann man die AFP irgendwie raus machen. Zack. Bremsen mal eben lösen. So. Zack. Bremsen mal eben lösen. Bremsen mal eben lösen. Gut. Halten Sie kurz vor dem Zug und kuppeln Sie die Kamer an. Machen wir. Gießen Arbeit. Zack. Wunderbar. Einmal eben aussteigen. Die Karre an kuppeln. Du bist vielleicht noch ein Meterchen vor. Mann du. Dann halt so. Mir läuft wohl. So. Die Karre ist angekuppelt. Und. Stellen Sie den Hauptschalter auf. Aus. Aus. Bremse lösen. Schalten Sie die Lichter nun aus. Zack. Ähm. Das können wir ausmachen. Das können wir ausmachen. Begeben Sie sich nur zum Führerstand. Tue mal gerne. Tue mal gerne. Bloß schließen. Einmal hier reinkrabbeln. So. Was will er jetzt? Weil er mich schon hinsetzen hat. Jo. Schalten Sie Lichter ein. Hell. Legen Sie den Hauptschalter auf vorwärts. Zugbremsung auf volle Leistung. Ist in Arbeit. Den Konsorten jetzt auf 1b. Immer noch in Arbeit. Heben. Geschlossen. Hat er wirklich gedreht. Hat er gemacht. Sehr schön. So. Erkennen. Die Lichter können wir nochmal anmachen. So. Das haben wir, das haben wir. Bremse lösen. Fahrend. Irgendwas vergessen. Nö. AFP kann direkt ein. Warte mal, wo wollen wir den Griffen plundern? Ähm. AFP ein. Zack. Hat er jetzt gar nicht gemacht, so wie ich das haben will, ne? Ne, macht er nicht. Muss man echt für rollen. Wir rollen. Aber das ist gut. Das ist gut. Zack. 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 Komm seiartig. Mach was ich will. Gib mir den Erfolg aus. Mach die AFP nochmal aus. Mach mal ein. Ne, will er nicht. Und dann fahren wir erstmal bis nach Hagen. Ah, nochmal. Zack, aus. Vielleicht krieg ich die jetzt nicht eingeschaltet. Habe ich da drüben vergessen? Ich habe sie vergessen. Ach, verdammt. Ah, komm. Dann gucken wir mal eben drüben nochmal. Ja. Das ist hier auf meinem Hof. Wieso komme ich hier nie auf die Lok drauf? Also erstmal machen wir noch hier. So, da haben wir den Flunder aus. AFP ist aus. AFP auf Null. Keine Ahnung, was da jetzt kommt. Fummi jammert. So, Versuch Nummer 2. Lass mich hier doch endlich hoch. Lass mich hier hoch. Komm nicht auf die Lok drauf. Was soll das? Jetzt macht das. Okay. Also hier den ganzen Fummel nochmal ein. So, ja, so viel Leiste machen wir jetzt gar nicht. Gut, wie schwer ist der Karneub auf 500 Tonnen? Ja, das geht aber. So. Klingt doch gar nicht mal verkehrt. Und, ja, dann fahren wir doch mal. Den auf Aus, den auf Vollgas. AFP ein. AFP aus, AFP ein. Lande ich. Krieg die AFP nicht ein. Was soll das denn? Hm. Komisch. Ich verstehe das nicht. Anfahren wir halt ohne AFP. Okay, mein Neu-Groll. So. Lass uns jetzt hier ein bisschen rollen. Und mal schauen. Warum kann ich die dämliche AFP jetzt nicht einschalten? So. Nochmal. Krieg die AFP nicht an. Ich verstehe das nicht. Nee, mach da nicht. Keine AFP hier heute. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Das heißt, wir haben jetzt Tempo 60, ne? Ah, 40 sagt er. Okay. Ja, gut. Wenn das so ist, ist das so, ne? Aber wieso krieg ich die AFP nicht eingeschaltet? Ich verstehe das nicht. Hat doch für ihn auch geklappt. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So. Na gut. Dann können wir mal ein bisschen beschleunigen hier. So. Dann fahren wir mal los. Auf, hier geht's nach Hagen. Jo. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Kann ich die dämliche Kacke denn jetzt zuschalten? So, dich auch auf aus. Aus. Dich auf an. Mann, er will mir keine AFP anmachen. Ich weiß nicht warum, aber es ist halt so wie das. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So. Hahn fahren weit heute. Ohne AFP. Das ist ja noch mal aus. Vielleicht haben wir nachher mehr Glück. Ich hab keine Ahnung. Mal ein bisschen runter. Wie schnell darf ich fahren? 120. Gut, dann fahren wir heute 120 so langsam. Zugbeeinflussung. Und mal schauen. Weil das steht jetzt echt hinter dem Signalmast. Wo waren wir jetzt hier? Ich kann gerade hier hin. Also das ist echt... Ah, das geht aber. Kann man lesen. Ich dachte schon. Ich weiß gerade gar nicht, wie schnell ich fahren darf. War das 105 oder 120 mit der Kiste? Ich glaube nur 105, ne? Wir werden es jetzt sehen. Na ja, wir werden es sehen. Was denn jetzt erst mal rollen. Und dann müssen wir eh mal gucken. 5 Kilometern sind wir ja schon da, wo wir hinwollen. Jetzt sehen wir mal eben die elektrische Bremse so ein bisschen. Und joa, mal gucken. So. Nächster halt. Hagen. Da ist es 188. Und joa. Super beeinflussbar. Naja, gut. So ist das halt. Joa, was gibt sonst zu sagen? Also es gibt auf jeden Fall jetzt gerade im Steam-Sale. Aktuell. Ich gucke, dass ich die Aufnahme doch mal vorziehe. Einige Sachen... Wirklich reduziert gerade jetzt halt in Bezug zu Trains im World. Also wem da noch was fehlt. Wirklich viele Sachen mit 50 oder auch 75% Rabatt. Ähm, ja. Kann sich also... Also lohnt sich schon. Lohnt sich schon. Auch wenn ich der Lokführer meistens sagen würde, das ist nur eine Spielerei. Zumindest das hat ein Kollege von mir. Und... Joa. Oh. Ich glaube, wir kriegen rot. So. So. Ach so, Leute. Habe ich verdrückt. Verdammt. Da haben wir uns verdrückt. Da haben wir uns eiskalt verdrückt. Das muss ich mir auch nochmal einfallen lassen. Weil das sind doch zu Nasen. Ich treffe immer die Ende-Taste und nicht die Bild. Aber ich lande immer wieder hier draus. Das ist echt doof. Das muss ich mir nochmal da einfallen lassen. Ah ja, gut. Was haben wir hier? Display. So, und jetzt kommen wir. Leistung ist da. Warum fahren wir jetzt nicht? Leistung ist voll da. Bremsen sind auch voll da. Ich habe keine Ahnung. Jetzt fahren wir aber, ne? Ja. Gut. Also ein bisschen Verzögerung, Verspätung, halb so wild. Nein, die AFB will er nicht. Die AFB macht er mir heute nicht an. Ja, das steht auch vor Max, joa. Und nach vorne eh leh langsam fahren, also alles halb so wild. Also ich weiß, was da jetzt gleich kommt, deswegen nicht über 85. Ich bin mal gespannt. Also es ist immer noch ne langsam Fahrt angekündigt, das ist schon mal gut. Guck mal schauen. Und dann nehmen wir die elektrische. Genau, diesmal auf den richtigen drücken. Wir haben hier eigentlich 110. Zugbeeinflussung. 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 Ja, mal gucken. Ja, kann man Tempo 40 auch beihalten. Von daher alles gut. Ein bisschen Gas geben können wir schon noch. Das ist schon so ein Käse. Na also. Bist du schon so ein Käse? Joa. Ja, gut. Okay, okay. Wie schnell hab ich jetzt hier? Ich darf. Ah, er sagt sogar 45. Cool. Ich hab aber auch die 40 gesehen und nicht 45. Deswegen halten wir uns an die 40. Nein, er haut mir keine AFP rein. Ich kann machen, was ich will. Hm. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Können wir jetzt echt ein rotes Signal? Oh, nirgendshaft? Ich fahr doch gerade eine Langsamfahrt. Ah ne, ich sag falsche. Falsche Seite. Alles klar. Suche Beeinflussung. Suche Beeinflussung. So. Hm. Können wir jetzt hier die normale Anzeige? Ne. Ja, lassen wir das so. Man sieht jetzt zumindest, dass ich die Bremse angelegt hab. Man sich auf dem Bildschirm auch, aber... Naja. Mal schauen. Müsst aber auch richtig einfach machen, ne? Ja. Gut. Dann fahren wir jetzt in diesen Güterbahnhof rein, glaub ich. Ich hab keine Ahnung. Und mal schauen. Ab hier ist Tempo 80. So, das heißt, ich darf jetzt eigentlich wieder beschleunigen. Auf Tempo 80. Sobald der Zug an dem Schild vorbei ist. Wie lang ist das Ding hier überhaupt? Wie lang ist das Ding hier überhaupt? 250 Meter? So ungefähr bis zu den Signalen da hinten. Würde ich jetzt mal behaupten? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Aber wenn irgendjemand das weiß, warum das jetzt bei mir nicht funktioniert mit der AFB, schreibt es bitte in die Kommentare. Ah, war ein bisschen viel Power. Weil, das ärger hat mich jetzt gerade schon so ein bisschen. Sie hat es ja nicht für das Leischen, ne? Aber warum schilderte ich mir das schon wieder aus? Ist doch egal. Jetzt sind wir jetzt noch jeden Augenblick in Hagen. Jetzt wird man hier wieder auf 80 gebremst. Interessant. Aber okay. Wobei das auch irgendwie sinnlos ist, das Schild jetzt hier hinzusetzen, wenn wir vorher schon 80 hatten, oder nicht? Naja, gut. So. Dann noch mal den Zugbeinfluss nochmal an. So, sehr schön. Dann müsst ihr wieder runter auf die 40. Bis da vorne. Ah, da vorne ist gut, aber so langsam. Geppirg nochmal auch rollen lassen. So. Gut. Dann sind wir hier. Die kann man mal lösen. Zugbeinflusser. Zugbeinflusser. Sehr schön. Sehr schön. Dann, oh, wir wandeln da schneller. Geht bergab. Es geht bergab. Auch gut, auch gut, auch gut. So. Das heißt, wir sind auch gleich am Ziel unserer Reise. Unsere ersten Reise. Ich will mal gestimmt, was jetzt so alles kommen wird. So, das heißt, wir können auch mal langsam bremsen, wir mal runter. Oh, hoch. Und die können wir auch nochmal lösen. Das sind ja noch ein paar hundert Meter. Fast ein ganzer Kilometer. Von daher. Mal schauen. So. Tempo sogar halten. Gut, einfach dingeln wir mal hier gemütlich rein. Normalerweise hat man wieder so eine halbe Stunde Gammelszeit am Bahnhof, ne? Ja gut, mal gucken, wo wir hin müssen. So. Wo schickt der mich denn jetzt hin? Vorne, bei denen, oder wie haben die sich das gedacht? Scheinbar. Scheinbar. Ach, da hab ich noch eine Anzeige, wo ich hinwusst, okay. So. Da müssen wir hin. So. Ich glaub, ich hab noch zu früh gebremst, lösen wir nochmal. Ist ja noch ein Stück. Lass mir in dem Fall jetzt echt mal die Anzeige an. Wie sie sich das vorgestellt haben. So, dann gehen wir jetzt mal in die Bremse. So, dann. Wunderbar. Ich war eigentlich sehr gut dabei. Ja, fast. Gut. Kara steht. Also den ganzen Blut nochmal eben abkoppeln. Zurück können wir auch eben auflassen. Okay. Dann werden sie zu ihrer Lokomotive zurück. Tun wir. Und das war jetzt schon, oder was? Geben sie im Weichen weiter Bescheid, dass sie bereit sind. Alles klar. Haben wir. Fortfahren mit reduzierter Geschwindigkeit. AFP aus. Es gibt mir keine AFP. Ich weiß es nicht. Dann halten wir heute mal ohne. Also. Erfahrung war mit reduzierter Geschwindigkeit dahin. Keine Ahnung, was er jetzt hatte. Wow. Mehr Power als erwartet. Gut, dann rollen wir da mal eben rüber. Die 500 Meter. So. Mal gucken wir mal. Wo wir jetzt hin müssen. Aber wenn wir jetzt auf die andere Seite müssen. Kann sein, dass die AFP wieder funktioniert. Ich bin mal gespannt. Ich bin echt mal gespannt. So. Gut. Ich bin echt mal gespannt. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Na, wie war dat? Das war gekonnt. Dat war echt gekonnt. Zack. Zack. Die können wir mal lösen. Ist auch egal. Die andere ist ja an. Dat war so gut gekonnt. Dat war eigentlich noch zu weit weg. Das ist echt noch einen halben Meter zu weit weg. Ah. Verdammt. Zack. Jetzt aber. Sag mir nicht, ich kann ihn nicht kuppeln. Warum kann ich den jetzt hier nicht kuppeln? Kann ich hier irgendwie hochgehen? Jetzt hat er sich verkürzt. Okay. Also Hauptschalter auf Aus. Die lösen. Signalrichter. Äh. Die können wir auch ausmachen. So, zack. Die kann aus. Signalrichter reduziert. So, wir geben sich zum anderen Führerstand. Eigentlich kann man die auch anders sein. Eigentlich wollte. So. Luke zumachen. Wunderbar. Vorne wieder rein. Zack. So. Also erstmal eben hier die beiden Dinger wieder an. Ja, die könnte ich auch auf anlassen. Ist auch egal. So. Ähm. Hauptschalter auf Voraus. Voll Leistung. Die Zugbremse auf Vollleistung. Ach so. Voll Leistung. Zugbremse 1b. Kabinenlichter an. Innenraum befahrend. Das ist das, das ist das. Hat er die jetzt echt gewechselt? Cool. Spitzensignal aufhellen. Heben. Und geschlossen. Gut. So. Probieren wir unser Glück jetzt nochmal. Vielleicht geht jetzt ja... ...in meine AFP wieder. Er hat sie drin. Er hat sie an. Er hat sie an. Ah, sehr schön. Er hat sie angemacht. Ohne Meldung, aber er hat sie angemacht. Das ist ja schon mal viel, viel wert. Ich weiß noch nicht, warum der... ...nix dazu sagte, aber... Er hat sie zumindest drin. Gut. Oder Titus. Nein, und zwar nicht die richtige. So. Sondern der hier. Ja. Gut. Das heißt, wir fahren wieder drei Kilometer in die andere Richtung. Ähm. Ich guck jetzt mal, was wir noch so auf dem Plan haben. Äh. Nix mehr. Nur noch den da und dann... ... das sind sie. Okay. Okay. Gut. Dann fahren wir mal eben die paar Kilometerkosten noch. Und dann mal schauen. Wieso habe ich jetzt eigentlich oben den wieder an? Zack. Ich guck mal. Joa. Na, wenn ich jetzt schon schneller fahren würde. Erstmal nicht. Ich frage mich auch gerade, wo der mich hinschickt, weil... ...nurzer Gleise sieht man hier ja nix. So. Joa. Schön. Wie lang ist das Ding? Hat der auch mal ein Ende? Ja gut. Ich weiß jetzt auch nicht, wann das nächste Signal kommt. Müssen wir da dann wieder rein. In die Karre. Und wir haben hier jetzt frei, aber ich weiß, es kommen dahinter ja auch mal Hauptsignale. Und ja. Da kommt es auch schon. Also von daher. So, machen wir jetzt von hier aus. Und den machen wir aber von hier aus. Papier zu 60. Aber gut. Wirklich ein Ende hat der nicht in Gesicht. Oh. Gut. Das heißt, wir dürfen jetzt theoretisch auf 60 beschleunigen. Aber da haben wir ja eh wieder eine langsame Fahrt. So, das waren jetzt, schätze ich, mal 250 Meter, ne? Mal 314. Weil man bedenkt, dass die Züge auch doppelt so lang sein dürfen. Mehr als doppelt so lang. Und ich hoffe, dass ich mal irgendwo mal so eine Karriere in dem Spiel fahre, die wirklich 700 Meter hat. Das wäre schon eine coole Sache. So. Aber gut. Wir sehen jetzt gerade unseren Bahnhof, unseren nächsten Halt an. Sagt der eigentlich 60? Na, er sagt sogar, dass ich schneller fahren darf. Aber wir halten uns an die 40. Weil da vorne müsste jeder Signal jetzt schon kommen. Tung, 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 tung. Lohnt sich nicht, bis da zu beschleunigen. So sehe ich das jedenfalls. Aber jetzt ist auch die Frage... Ach doch, da kommt es. Da kommt er. Deswegen bis dahin beschleunigen und dann wieder abbremsen. Das macht eine halbe Minute aus. Jacke wie Rose. Jacke wie Rose. Joa. Schön. Ekeliges Wetter, was wir hier im Ruhrgebiet haben. Aber das ist ja so typisch normal, Ruhrpott, ne? Also selten, dass man gutes Wetter hat. Meistens immer irgendwie so... Oder typisch, ich sag mal, in Deutschland. Westdeutschland ist irgendwie immer so. Die Region Nieder- und Nordrhein-Westfalen. Immer meistens trüb. Grau und grau. Viel Regen. Beziehungsweise so war es zumindest immer vor dem Klimawandel. Naja. Wie man sieht, wir fahren auch in der Vergangenheit. Im Jahr 2018 soll das wohl heißen. Beziehungsweise 2.01.8, ich denke. Siva. Ich denke, das soll 2018 heißen. Oder sagt der, bestimmt fahren nach Stellwerk. Siva Gold. Ja. Deswegen. Was sieht das eigentlich aus, auf diesen Signalen? Ich bin noch nie auf so einen Teil hochgeklettert. Der Blick von hier oben ist natürlich auch Bombe. So, wir haben jetzt 15, ne? Ja, gut. Ich muss sagen, grafisch, die Spiegelungen sind schon echt nice, ne? So. Spiegelungen sind schon echt nice. So ist das halt. Jetzt ist die Frage. Wann kommt das nächste Vorsignal? Oder hinten? Schau mal, ne? Siva Zwangsbremsung. Edgy Bitch. Das war jetzt Edgy Bitch. Ja gut, dann haben wir immer Siva vergessen. Halb so wild. Ah, sie ist wieder da. Ah, jetzt kann man sie auch auslassen. Das ist eigentlich egal. Oh, zack. Aus. Ah. Komm. Ich wollte um 10 Uhr da sein. Na ja, gut. Anfahren wir hier mal mit unsere 40. Die letzten zwei Kilometer bis zum Ziel. Na ja, also halt mit dem Steam Sale müsste schon vorbei sein, fängt mir gerade so ein. Weil, da kommen ja noch irgendwie sechs, sieben Folgen zwischen, bevor man die hier hat. Da ist das schon durch. Tut mir leid, Leute. Man kann hier alles haben. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Na ja, gut. So. Wir liegen auch im Blicken, erreichen wir Böhle. Was und wo und wie Böhle ist? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Zugbeeinflussung. So. Ach, ja. So ist das. 1,8 Kilometer bis zum Ziel. Mal schauen. So. Tung, 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 tung. 1,5 Kilometer. Interessant ist auch, dass der mir eine langsamen Fahrt voraussacht und kein rotes Signal. Obwohl wir da die Karre halten sollen, dauerhaft, ne? Zugbeeinflussung. Ah, okay. Alles klar, ich hab nichts gesagt. Zugbeeinflussung. 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 So. Die Diske entgegenhalten. Und was schon, so. 700 Meter, das kriegen wir so gerade eben noch gedringelt. Dann rollen wir mal eben da auf den Absteckgleis. Dann war das auch schon. Dann bin ich mal gespannt, was als nächstes kommt. Ah, hab ich die Ansicht wieder drin. Ich hab die Ansicht immer noch drin. Hm. So, was heißt, bis wo müssen wir denn mit der Karre? Wahrscheinlich ja bis da hinten, Janko. Ah, wir haben einen 300 Meter langen Zug, ne? Das heißt, wir können jetzt so langsam mal anfangen zu bremsen. Und auf die Bremse rein. Schafft er das oder schafft er das nicht? Ah, komm, 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 komm. Komm, noch den Meter vor. Zack. Fertig. Bremse anziehen. Gut. Die Schicht wäre erledigt. Fahren Sie die Lokomotive herunter und steigen Sie aus, um diese Aufgabe abzuschließen. Alles klar, machen wir das doch. Gibt ihm noch eine Anweisung. Stellen Sie Hauptschalter auf Aus. Punkt. Parkbremse an. Zack. Gut. Blättern Sie runter und stellen Sie sicher, die Lok gesperrt ist. So, das heißt, Instrumentenleuchtung aus. Das können wir auch noch eben. Aus. Die können wir so lassen, das ist eigentlich egal. Wo muss ich denn jetzt hinlaufen? In die andere Richtung. Ich muss doch da. Grob in die Richtung. Wie weit muss ich denn noch laufen? Hm. Gut. Wir werden es sehen. Aber sieht schon schick aus, ne? Kann man ja nicht anders sagen. Gut. Dann laufen wir halt mal einen halben Kilometer übers Gleisfeld. Hier ist aber auch nix, hat er irgendwie... So. 25 Meter. 25. Also bis hierhin. Und dann noch da. Okay. Na, 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 na. Ich könnte mir natürlich die Anzeige anmachen, aber es wäre zu einfach. So. Ich muss hierhin. Okay. So. Bestimmt wieder eine Silbermedaille. Ist auch egal. Hat juckt mich den Feuchten. Und dann gehen wir jetzt ins Hauptmenü. Und dann gucken wir mal, ob als nächstes kommen wird. Und als nächstes machen wir... Ja. Komm. Lade schneller. Schneller. Szenario Nummer 3. Szenario Nummer 3 besagt, wir haben eine leere Rückkehr. Jedenfalls mit der gleichen Lok wie vorhin. Und eine neue Reihung leerer Waggons muss Richtung Norden nach Letmarte gebracht werden, damit sich die Räder der Wirtschaft weiter drehen. Au, jo. Das machen wir beim nächsten Mal. Dann haben wir noch Heavy Metal. Also. Sehr schön. Dann kommt hier Letmarte leicht. Fahren Sie eine Leichtseinkomotive nach Letmarte, um den nächsten Auftrag zu übernehmen. Alles klar. Stahlkreislauf. Das werden wir dann wahrscheinlich sogar zusammen machen. Eine Folge. Und dann kommen noch... Oh. Ist einiges, ist einiges, ist einiges. Fahren Sie eine Reihung mit Kohle, gefüllter Flans, Diebenkraftwerk, Güterbetrieb. Wir haben hier keinen... Aufgesehen von dem einen, keinen einzigen Personenzugaufgabe. Was haben wir denn? So einen Fahrplan. Haben wir auch nur... Ja, okay. Da haben wir auch wirklich nur... Die zwei Personen zu touren. Das heißt, wir werden auf jeden Fall aus dem Fahrplan nochmal was machen. Irgendwie so zwei Folgen. Aber müssen wir mal gucken. Erstmal mal den Güterverkehr. Und dann mal schauen. So, und damit sage ich dann mal auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Gowski. Tschüssi! Tschüssi! Tschüssi!